Das Statement zum Geburtstag. Aber nimmst du auf, ab jetzt oder wie? Also wir gratulieren ganz herzlich dem grünen Ring. Ich freue mich heute hier sein zu können zum 20-Jährigen. Wir finden das richtig toll, dass auch so viele eingeladen sind. Allen Bürgermeistern, allen Vertretern, alle die mitgekämpft haben. Ganz große Klasse, 15 Jahre darf ich dabei sein. Stadt Markernstedt gratuliert dem grünen Ring. Alles Gute zum 20. Geburtstag von den Bürgern der Stadt Pega. Und wir wünschen mindestens noch mal so viel und noch viel mehr Erfolg. Noch mehr. Und deshalb bin ich hier, um Danke zu sagen. Wir freuen uns, dass wir das 20-jährige Bestehen des grünen Rings hier feiern können. Wir gratulieren dem wohl Ältesten unter den Stadt-Umland-Kooperationsräumen in Sachsen. Ich freue mich sehr darauf, dass insbesondere Frau Sabanek und Herr Martin dann etwas in die Geschichte eintauchen. 20 Jahre grünen Ring. Jetzt habe ich erzählt noch mal, da war ich ja noch gar nicht mal dabei. Ich wollte es eigentlich nicht trinken. Also, äh, wo ist es? Auf die 20 Jahre. Ich möchte den grünen Ring ganz herzlich zu seinem 20-jährigen Geburtstag gratulieren. Herzlichen Glückwunsch zu 20 Jahren grünen Ring. Das erfolgreichste kommunale Umland-Stadtprojekt. Zusammenarbeit funktioniert sehr gut. Gute Ideen, kreative Ideen, lustige Ideen. Ich wünsche mir, dass es weiter so geht. Ich hoffe, dass auch das dritte Jahrzehnt so erfolgreich sein wird, wie die letzten beiden Jahrzehnte. Alles Gute und danke für das leckere Essen. Sehr fein. Ich hoffe, dass auch das dritte Jahrzehnte.